Alter, was geht ab, Leiton hier, statt einer Südde mit einem Pinball Nichts erwähnenswertes Ich pack's jetzt in die Innenstadt zum Raiden Heute ist Regi-Eis Raid Day Es gibt zwei Pässe und 1784 wollte man glaube ich sehen Und Gletschermodule halten länger, zwei Stunden Und dieser eine, den ich bisher noch nicht habe, spawnt vermehrt Auch wild, also nicht nur am Gletschermodul Aber jetzt erst mal ein paar Raids machen Oh, noch ein bisschen Luft Nicht shiny glaube ich Ja, nicht shiny, schade Es ist 11 Uhr, das Event hat angefangen Aber ein paar Eier, die halt davor noch gestartet haben Haben halt Veridion drin Deswegen mache ich das mal nur mit dem kleinen, weil Ich habe kein Interesse an Veridion Außer Das nächste Mal, wenn er kommt und in shiny möglich ist Wobei ein 100er Ich habe letztes 96er gefangen Tag 15 Aber Ja, muss jetzt nicht sein Außerdem Marina, die schon auf Gold Nee, muss echt nicht sein Muss echt nicht sein Muss echt nicht sein Der Kleine packt das schon Aber daneben müsste, glaube ich, ein Regal schlüpfen Den machen wir auf jeden Fall Der andere Raid ist auch ein Veridion geworden Dann wollen wir schon mal Ob der Kleine sich irgendwas gönnt Wenn es sich so hart spiegeln würde Zwei Zwei Ich sag's euch Moment Er hat 21,14, was nicht gut ist Zum Glück Eine Stunde und 20 Minuten später Und wir machen unseren ersten Gigi Ice Raid Ein bisschen nur Veridion Die ich nicht mitgemacht habe Nur mit meinen kleinen Relativ unmöglich Dafür können wir uns doch direkt jetzt einen 100er gönnen Und nach Hause gehen, oder nicht? 17,84 Ich hätte gerne ohnehin gefragt, wie es euch so lieb Wart ihr unterwegs für Regi Ice, oder? Oder hat euch Regi Ice jetzt nicht so gejuckt? Und schauen wir mal Aber kann ja schon nicht sein Ist aber nicht Ich habe 3 Lapras 11,31 Wollen wir mal sehen Aber Ich habe nicht viel Hoffnung Ich habe nicht viel Hoffnung Oh mein Gott Ne, das war nichts Und der nächste Versuch Schau mal man Digga, gib mir doch einfach ein 96er Tag 15 endlich Das ist das einzige was ich anfühle Minimum Da kann ich die endlich pushen Da wird mir nur noch Regi Lock Und Therapium Jetzt habe ich nicht hingeschaut Erstmal nicht shiny und Und der nächste Versuch Leute Das ist der erste dritte Ich habe gerade noch meinen freien Pass verwendet Das ist der erste dritte Ich habe gerade noch meinen freien Pass verwendet Woher weiß ich das bloß Woher weiß ich das bloß Okay Resultation Oh Erster Hof Und Zweiter Hof Farblatt Dritter Wurf auch farblatt Dritter Wurf auch farblatt Und da ist er Ich habe nicht Bekommen mit dass der gut ist Ich dachte irgendwie 17,74 Also 84,74 Verwechselt Aber ja 17,70 Nicht gut genug Wir müssen weiter reden Schade 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 Was ist denn meine Machung Schade 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 Nicht so viel los heute Rechte ruhig So schauen wir doch mal Jetzt aber. 84. 84. Scheinten vielleicht? Nein. Wir verstecken uns mal hier hinten. Ah, komm. Moderne Pinakothek. Hier. Kunst. Wow. Kriegen wir endlich einen. Ich bin gespannt. Und? 38. Tot, man. Tot. Ist der wenigstens shiny? Der ist shiny. Unser zweiter. Läuft. 17.58. Der nächste. Leider. Und nicht shiny. Da kommt keine, Leute. Nächster Versuch. Es gibt nicht mal so viele Versuche. Also ich glaube so 3, 4 noch. Dann war es das auch schon. Drückt uns die Daumen, Leute. Also drückt mir die Daumen. Drücken wir uns gegenseitig die Daumen. Da kommt... Und... 68. Oh, nee, das reicht nicht mehr. Nee, das reicht leider nicht. nächster versuch leute mein gott hat fast kein akku mehr was da los die kälte kette zieht den akku aus ab da vorne da waren wir letztens da ich nämlich was von ebay kleinland sind gekauft und da ist eine neue arena aufgetaucht da hatte ich mich eingesetzt und seitdem sitze ich da drin also das schon eine woche her sieben tage hier mitten in der innstadt ich weiß nicht was mit der arena los ist aber keiner geht dahin das war das wieder 68 warum wieder 68 und der nächste versuch zwei machen wir danach noch das heißt drei versuche haben wir noch leute ich spüre es nicht man ich spüre es nicht ich habe kein gutes gefühl ist nicht gut so schauen wir doch mal der kleine hat jetzt ein 1779 genau den ich haben will 1770 war das glaube ich wieder was natürlich nicht reicht und nicht scheinig 65 nehmen wir wieder ein bisschen abseits ist der nächste möglicherweise voll und eigentlich würde ich jetzt sagen dass ich dir nach der werbeunterbrechung aber ich weiß nicht ob jetzt werde werbeunterbrechung kommen kann habe ich habe schlecht getimt 36 habe ich richtig gesehen 26 ja es ist es soweit leute das ist der letzte Rage für heute danach packen wir es heim gerne machen noch ein paar Schneemodule, Lokmodule, Eismodule, Gletschermodule so heißt es Gletschermodule an vielleicht wird später auch noch aber erstmal heim was essen dieses video hier machen vielleicht packe ich das heute abend noch raus aber jetzt erstmal ein hunderter Regieis gönnen muss ich wahrscheinlich sein ich bin zu viel mit einem normalen hunderter schmarrn komm 96 attack 15 das reicht mir ich glaube das ist das schlechteste von heute oh man ey typisch und auch nicht scheinig das war es leute ab nach Hause so Abschluss leute Abschluss ich habe gerade noch ein Rate bei mir zu Hause gemacht und mich mit einem alten Kollegen getroffen für einen Glückstausch das seht ihr aber im Video morgen übermorgen irgendwie sowas ich weiß nicht vielleicht habe ich dieses Video hier heute noch raus auf jeden Fall Regieis ragtag war ganz okay ich habe zwei scheine Regieis bekommen aber kein 96er aufwärts was ich halt genau gebraucht hatte also ich hatte schon 96er bei attack 14 und das genau der den ich nicht haben will der mit 17,70 leider mein kleiner hat sogar ein 98er bekommen genau den den ich haben wollte mit 17,81 also sehr nice den hätte ich gerne gerne gehabt müssen wir warten bis zum nächsten mal oder irgendein Glückstausch shiny 100er Regieis oder sowas wieso nicht ich schreibt gerne unten in die Kommentare wie es bei euch so lief das war es von mir Leute ihr wisst bestimmt wie immer liken, subscribe und kommentieren checkt die Videos ab folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter checkt die Shop ab vergesst nicht Pokemon is serious business wie bei euch ist du wärst du wärst du wärst du wärst du wärst